Die Wortwahl in Daniel 9, Vers 25 Die Wortwahl in Daniel 9, Vers 25 Und verstehe vom Ausgang des Wortes, des Kommandos, wiederherzustellen und zu bauen, Jerusalem, bis zu einem Gesalbten, einem Prinzen, sind sieben Wochen und 62 Wochen und so weiter. Das Interessante hier ist, dass er sagt, and know therefore and understand, also wisse deshalb und verstehe vom Ausgang des Wortes, of the command, vom Ausgang des Befehls oder vom Ausgang des Wortes. Und da steht in der hebräischen Bibel Dabar. Dabar ist das Wort, ja, oder der Befehl, eigentlich das Wort, das gesprochene Wort, das ist die Strong Nummer 1697. Und dieses Wort geht schon mal aus und zwar in Daniel 9, Vers 23. Da sagt der Engel nämlich, at the beginning, also zu Beginn deines Gebets kam der Befehl zu mir und ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du ein Vielgeliebter bist. Und deswegen verstehe die Nachricht, die Message und verstehe auch die Vision. Da steht zu Beginn deines Gebets ging aus, the command, das Wort Dabar, wieder 1697. Das heißt also, Gott hat dem Engel befohlen, am Anfang des Gebetes von Daniel, dass er zu Daniel kommen sollte und ihm sagen soll, dass er ein Vielgeliebter ist und dass er verstehen soll die Nachricht und die Vision, die er ihm jetzt gibt. Das heißt, Gott hat ihm befohlen zu gehen, ja, command und dieses Command ist Dabar, Strong Nummer 1697. Das ist Gottes Befehl, Gottes Wort, ging aus an den Engel, um zu Daniel zu kommen. Und dasselbe Wort finden wir auch hier, Dabar, 1697. Und wisse deswegen und verstehe vom Ausgang des Wortes Dabar, dass Jerusalem wieder hergestellt worden sollte, bis auf einen Gesalbten, einen Prinzen und so weiter. Und dieses Wort Dabar haben wir schon mal in Daniel 9, 23 und in Daniel 9, 25. Und weil Daniel in Daniel 9, Jeremia 25 liest, schauen wir da mal nach in Jeremia 25, Vers 1. Da steht, das Wort, das kam zum Jeremia betreffend des ganzen Volkes von Judah im Jahr 4 von Jehoiakim, also Joiakim, des Sohnes Josias, König von Judah und so weiter. Ja, hier steht auch The Word, das Wort, das ausging, das kam zu Jeremia und da steht Hadabar oder Hadabar, das Wort. Und dieses Dabar ist wieder 1697, ja, das ist ein Befehl Gottes. Dieser Befehl Gottes, dieses Wort Hadabar geht aus an Jeremia und zwar im vierten Jahr Joiakims, des Sohnes Josias. Das war das Jahr 605. Also wir haben in Daniel 9, Vers 25, ja, wo er sagt, wisse ich deswegen und verstehe vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder hergestellt werden sollte. Das heißt also, er sagt, von diesem Dabar, von diesem Dabar-Wort, da soll ausgezählt werden. Und dann zählt man eine Woche bis auf einen Gesalbten, einen Prinzen und das war Kyros, ja. Und dieses Wort, das ausging, das muss irgendwo in Jeremia stehen. Und zwar entweder in Jeremia 25 oder in Jeremia 29, aber dieses Wort Dabar, Haddabar, das Wort, das kam zu Jeremia, ja, betreffend des Volkes von Judah und so weiter. Dieses Wort Haddabar mit der Strong Nummer 16, 97 steht nur in Jeremia 25 und zwar in Vers 1 und steht nicht in Jeremia 29. Also ich wollte euch dann mit nur nochmal zeigen, dass der Engel hier sagt, dass der Beginn der 70 Jahrwochenfristen mit diesem Wort in Verbindung steht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird und dieses Wort hat schon mal den Engel zu Daniel gebracht, in Daniel 9, 23, ja, zwei Verse vorher. Und dieses Dabar, das steht hier in Jeremia 25, Vers 1, auch in der Strong Nummer 16, 97 und ist in Jeremia 29 nicht zu finden. Das heißt, dass der Engel hier in Daniel 25 Bezug nimmt auf ein ganz bestimmtes Kapitel in Jeremia, nämlich dort, wo ein Wort ausgeht, ein Dabar. Dieses Dabar finden wir nicht in Daniel, in Jeremia 29, sondern wir finden das nur in Jeremia 25 und zwar direkt zu Beginn. Das heißt, wenn wir Jeremia 25 dann deswegen auch nehmen dürfen, dann haben wir diese Jahresangaben in Jeremia 25 dreifach, nämlich einmal im vierten Jahr Joachims des Sohnes Josias und im ersten Jahr The Year Was First of Nebukadnezar, also im ersten Jahr Nebukadnezar und dann gibt es da mal eine dritte Zeitangabe in Jeremia 25, Vers 2. Das Wort, das Jeremia sprach, zu den Propheten des Volkes von Judah und der Allereinwohner von Jerusalem, indem er sagte, von dem 13. Jahr von Josia, des Sohnes Ammon, König von Judah, bis auf den heutigen Tag, das ist das 23. Jahr und so weiter. Also diese Formulierung, das Jeremia gepredigt hat vom 13. Jahr aus Josias, 23 Jahre lang, the three and twenty-four, das ergibt auch wieder das Jahr 605. Das bedeutet also, dadurch, dass wir hier in Jeremia 25, Vers 1 auch dieses Wort Dabar finden, Strong Nummer 16, 97 und nicht in Jeremia 29, dürfen wir dieses Kapitel in Jeremia 25 nehmen. Und da haben wir drei Zeitangaben drin und die sprechen alle vom Jahr 605 vor Christus. Und von dort aus muss man zählen, einmal sieben Wochen, 49 Jahre, dann kommt man zu Kyros, einem gesalbten Prinzen und dann darf man von 605 nochmal 62 Jahrwochen rechnen. Das sind 434 Jahre und dann kommt man ins Jahr 171 vor Christus zu Antiochus Epiphanes. Das wollte ich euch noch mal zeigen, dass man das hier auch in diesem Wort Dabar oder Hadabar hier in Jeremia 25, Vers 1, Strong Nummer 16, 97 sehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.